Wie habt ihr denn den ersten FC Saarbrücken analysiert? Hat die Spiele jemand beobachtet? Sie sind ja sehr gut gestartet. Zwei Spiele, zwei Siege. Wie ist da deine Meinung dazu? Wie stark ist der Gegner? Sehr stark. Wir haben das auch beobachtet. Wir haben auch Videomaterial. Wir wissen, wer da alles spielt. Es sind sehr viele Spieler, die höherklassige Erfahrung mitbringen. Die haben jetzt auch wieder Spieler geholt aus der dritten Liga, aus guter NLZ, ausgebildete Spieler. Die haben jahrelang spielen, die in so eine starke Liga immer vorne. Sie sind durch diese Relegation nicht durchgekommen, aber sonst wären die schon eine starke dritte Liga.